Bum 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 Dann dann Du musst dich nicht Nichts 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 Wodern Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, oh! Hi! Das war's! Wo denn? Wo ist das? Ich sieh' nicht! Warte mal, der kommt noch nicht, jetzt kommt er! Oh mein Gott, Kiri! Der Oppi mit dem Knüppel! Er ist arschschnell, Mann! Hilfe! Ich kann nicht sprinten! Ich bin so tot! Mit der Nudel zusammen haben wir ganz leckeren Erdbeerkrugen gemacht. Oh! Ja! Lecker! Den haben wir aber auch schon gegessen! In der letzten Woche haben wir die davon nichts gesehen! Hallo! Schimpf! 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 Was Gur love ist so ein schöner Tag! Et ihr habt dieチțein da tutti! Heute ist so ein schöner Tag! Laaah! Es ist so ein schöner Tag! Es ist so ein schöner Tag! Laaah! Es ist so ein schöner Tag! Laaah! Hat es Ihrer quasi hin? Tja, cupido! Nein, du schaffst es noch. Na stopp, da kommst du deine... Oh mein Gott, Kiri, das ist so knapp. Er ist weg. Er ist zum Lagerfeuer. Er kommt wieder. Und ich sterbe! Du bist so ein Arschgesicht. Ich spiel nie wieder mit dir, Kiri. Ich spiel nie wieder mit dir. Ich spiel nie wieder mit dir. Er fliegt sie um. Kiri... Weißt du? Weißt du, was du denn so besau bist? Ich bin jetzt tot neben dir. Dann mach mal dieses Foto von mir. Julia! Wir leben das Leben als Familie hier. Weißt du, so als Rentierfamilie. Schön. Das Kind ist kaputt. Ähm... Na look, kann man eigentlich... Kann man eigentlich ohne zu atmen reden? Ja. Ganz schlecht. Ich glaube nicht. Man kann ja nicht wirklich... Ähm... Das sieht super aus. Ich find das toll. Das riecht gut aus. Hat das nicht eigentlich... Das hat einen, 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 einen Bogen um drauf, auf dem Rücken. Ich bin ein kleiner Spion in geheimer Mission. Ja. Ich bin ein kleiner Spion. Wuhiii. 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 Alter, das Schwändchen wegzuwackelt ja hoch und ab, äh, auf und ab. Welcher Schwanz? Ja, von dem Tier hier, von dem... Emi, was ist das? Emi, was ist das? Warte, der Hund hat... Im Museum? Vogeltränke! Nein! Mit einem Mensch drin! Emi! Emi! Oha! Okay! Und? Ach, scheiße! Marsch! Kommando X, Marsch! Ich weiß, ich wusste! Und Marsch! Hör auf! Hör auf! Äh! 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 Under the tree, bum 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 bum! I am a dog, under a log! Under the tree, bum 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 bum! Und? Oha! Du kriegst das... Du kriegst das... Du kriegst den goldenen Buzzer! Ja, immer da! Das ist unter anderem mein Schnitt und auch meine Gehirnzelle gemeint! Boah! Boah! Du kriegst nicht! Du Angeber! Ja! 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 Wollt ihr jetzt nicht dazwischenreden? Nudel ist jetzt hier am Regen! Oh! Wäre auch nett, wenn ich gerade so hochkommen würde! Bitte! Oh! Kommt mit! Ach, danke. Da seid ihr ja. Also. Mein Trick aller Tricks. Sitz. Sitz. Tada. Hallo, das ist voll gut. Das ist mega. Ey, das ist nochmal Miffi. Hallo. Nichts da. Ja, doch. Das ist mega, Mann. Ihre Wahl. Wir umzingeln dich. Und dann entführen wir dich in den Kinderkeller von Milka. Es rennt weg. 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 Es rennt. Okay. Das kannst du sicherlich bestätigen, oder? Wir haben zusammen die Nacht verbracht. Ja, ja, natürlich. Darf ich auch wen verklagen? Ja. Ich verklage Nudel. Wir sind vorhin noch gar nicht dran. Manu, Nudel verklagen. Als nächstes ist jetzt Juli dran. Ja, ich hab mit... Ja. Ich hab mit Ali die Nacht verbracht. Wheel of Fortune. Egal, ich mach nicht so lange, bis irgendetwas kommt. Schon wieder. Wheel of Fortune. Schon zum dritten Mal. Hehehe. Wer hängt mit dem Schoss ab? Er hantet. 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 Da, oh mein Gott. Guck's dir an. Guck's dir an. Das ist hässlich. Ne, Mann. Ich bin voll streng hier. Ich hab keine Sinn. Nicht jede Kraft in meinem Sitz. Das ist aber nicht NRW. Das ist aber neben NRW. Und das ist fast richtig. Hör auf deine Freundin weg zu flamen. Ich flam die nicht weg. Doch, machst du. Du beleidigst die die ganze Zeit. Ich beleidige die gar nicht. Die beleidigt mich. Ali sagt, du bist der Stech. Du musst dies und das richtig machen. Ja, das ist ja nur ne Tatsache. Und dann sagst du, nee, das stimmt gar nicht. Dann mach ich dich auch so fertig. Weißt du, das ist ne Drohung. Das geht nicht. Hier rief ich schon an. Ich bin sehr stolz auf dich. Ach nee, das war ja vor drei Jahren. Verändert hat sich so viel. Der Club immer noch stabil. Ali, nur eins muss ich sagen. In Dressur sind wir immer noch am Versagen. Aber wann waren wir darin jemals gut? Für gute Dressur fehlt eindeutig der Mut. Aber ich will mir nicht beschweren. Weitlehrer müssten alles tausendmal erklären. Um mein Pferd kümmere ich mich nicht. Dem spuck ich ins Gesicht. Dem spuck ich ins Gesicht. Ich hasse Weihnachten. Das gehört nicht zum Gedicht. Das ist ein Fakt. Und um den letzten Gedicht zu ehren, muss eine Zeile noch zurückkehren. Uns allen ist bewuß... Hallo? Uns allen ist bewuß... Unser Lieblingsstil ist die Bratwurst. Dankeschön. Oha, das ist ja cool. Oh mein Bericht. Achso. Ich weiß mit ihm, Mann. Es... Achso. Ich... Husk. Ich zeige ihm. Du weißt, Wir sind mit dem Wurz. Wir sind mit Wurz.